Dostana Aziz, waktetan bi khair basha umid waram khub bashi id Safi sada aftadi ki ketabe onni sichra 3 hastid ba man saeed wa mehaim berim saare abgaze ausstoßen Da qabli staicstim abgaze, vada mehaim rajebe ausstoßen, khuruge dud soweit bakani Autos, die mit erdgas angetrieben werden, stoßen deutlich weniger abgaze aus als dieselbetriebene fahrzeuge Autos, die mit erdgas angetrieben werden, stoßen deutlich weniger abgaze aus als dieselbetriebene fahrzeuge Autos, die mit erdgas angetrieben werden, stoßen deutlich weniger abgaze aus als dieselbetriebene fahrzeuge Autos, die mit erdgas angetrieben werden, stoßen deutlich weniger abgaze aus als dieselbetriebene fahrzeuge Autos, die mit erdgas angetrieben werden, als der makaiese baa dieselbetriebene fahrzeuge Autos, die mit erdgas angetrieben werden, die mit erdgas angetrieben werden Ok, ma vergleichen, wafers 2008 8. 15% kremt 3 und 2 bieden als nisbet bei benzin benzin ich fahre ein benzin ich fahre ein diesel oder ein benzin in die benzin 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 ist ein auto das mit benzin aber die realität sieht aber anders aus حقikaten jahleian die hast ist autogaz ist grün stiger und umweltfreundlich aus benzin und diesel gaz maschinen die gaz mit zuzonen haben einen zens muiz ist behter hast haben kreuz unter hast benzin und diesel darüber hinaus verbrennt autogaz co2 reduziert und schadstoff arm und ist deutlich zauberer als benzin oder diesel behter behter aus fibrin fibrin autogaz autogaz CO2 reduction kent CO2 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 bei der Febrennung von LPG entsteht kein Rose im Moment der LPG es wird nicht mehr entsteht kein Rose oder es wird kein Rose ausgeschossen wieder LPG das heißt, Liquid Petroleum Gas LPG Statsion wie gesagt LPG in Irons LPG ok in diesem Bereich AppGas ausgeschossen in diesem Bereich Bis zum nächsten Mal.